Schönen guten Abend, du hast hier den Georg, den Käfer aus dem Sauerland. Ah ok, ja, München-Gladbach, ja, nicht schlecht, also mein guter ist hier das Sauerland, Stadt ist Arnsberg, im Moment auf so einem kleinen Hügel, 400 Meter über Normalnull. Ja, das gleiche kann ich dir hier zurückgeben, Radiowert hast du hier, äh, ein Fließ würde ich sagen, weil hier oben auf dem Berg hast du keine Störung von irgendwelchen Elektrogeräten, äh, total saubere Frequenz, also, äh, ausgezeichnet. Ja, richtig. Ja, ich stehe hier schon eine ganze Weile, äh, seit, äh, 16 Uhr und, äh, wollte mal gucken, was da so läuft. Von zu Hause aus, wie du gerade sagtest, da hast du den ganzen PLC-Mist, äh, teilweise Störungen bis zum Diago 7, äh, und 8. Und dann macht das keinen Sinn. Ah ok, mir spielt ausgezeichnet, also Modulation richtig klar, sauber, richtig Druck dahinter, äh, perfekt, besser geht es nicht. Ich hab hier, äh, ja, äh, von Albrecht die 5890, ist hier auch das, äh, Original-Mikrofon. Alles klar, ja, wünsche ich dir da, äh, einen schönen Abend noch. Ja, also von meiner Seite, ich mach da auch nicht mehr allzu lange, ich werd da gleich abbauen, äh, ja, Abendbrot will ich da auf keinen Fall verpassen. Mach's da gut, tschüss, hier am Ende der Georg, der Käfer ist im Sauerland. Alles klar, Jürgen, mach's gut, 5573. Aber im Hintergrund hab ich da noch eine Station gehört, äh, ich, äh, hör dann noch mal rein, hier am Ende der Käfer, bitteschön. Ah, ok, das Sandmännchen. Ja, haha, ist noch ein bisschen früh dafür, aber, haha, alles klar. Nee, kommst hier auch, äh, rüber hast hier Santiago 1 bis 2, äh, und, äh, ein Radio, äh, 3 bis 4. Ja, also, äh, das klappt dann noch von deiner Seite, geht noch. Ein Mikrofon zu dir. Jo, Sandmännchen, äh, bedanke ich mich da für das QSO, aber da war noch eine Breg-Breg-Station, äh, vielleicht kannst du die da auch aufnehmen, ich nimm sie erstmal rein, Breg-Breg, bitteschön. Ah, ok, Detlef, ja, ist schon, äh, ganze Weile her, wo wir zuletzt gesprochen haben, aber, ja, haut da hin. Botox, äh, Santiago 4 war das, glaube ich, 4 bis 5 und Radio 5. Okay, ja, fragen wir mal die anderen Kollegen, äh, ja, äh, wer kann den Detlef da noch hören? Ich sag mal ganz kurz Hallo Detlef und dann bin ich auch gleich wieder weg. Ja, jawohl, hallo. Ja, geht ihr jetzt auch, Georg, zu dir, 3,70 und gute Heimfahrt gleich. Ja, und danke schön, ja, ich, äh, werde jetzt auch abnehmen, äh, jetzt, äh, muss wieder was, äh, an Kalorien zugefügt werden, sonst fahre ich hinterher noch vom Stengel-Hai. Ja, da fährst du ja nicht runter. So, also, Detlef, äh, zur Info. Ab April bin ich zu hören aus dem Sauerland auf 450 Meter. Ja, da war es nicht, äh, ich muss mich gleich noch reinlegen, äh, äh, das ist nicht da, äh, hier, das ist nicht da hoch, oder das ist nicht da hoch, oder? Nein, ich hab da ein schönes Haus gekriegt, im Wald. Und das ist nicht da hoch? Ja, wir haben da ein schönes Haus gekriegt, schön im Wald, 450 Meter Hochdeck. Ja, wunderbar, das freut mich schon, wenn das umdurch geht, ne? Dann gebe ich gleich, weil wir das umgehen, weil wir das umgehen, weil wir das umgehen, weil wir das umgehen, weil wir das umgehen. Ja, wenn da eine X war, also ich habe nichts gehört, aber, äh, X, bitteschön. Okay, äh, ja, hier ist der Georg, der Käfer aus dem Sauerland. Äh, am Anfang, äh, war es ein bisschen durcheinander, habe ich da, äh, nichts mitbekommen. Äh, äh, wiederhol einfach nochmal den Durchgang, dass ich da im Bilde bin. Ja, alles richtig. Ja, äh, ja, hast hier auch noch ein, äh, Signal, Santiago, was war das, 1 bis 2 und, äh, Radio, ähm, 3 bis 4. Also hier ist eigentlich absolute Ruhe hier oben, äh, und, äh, bist dann noch, äh, gut reingekommen. Nochmal Mikrofon zu dir. Okay, ha, 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 kein Problem. Ja, ja, ich mache die Frequenz jetzt auch gleich wieder frei. Ich werde da abbauen und dann, äh, geht es da wieder Richtung Heimat. Jetzt ist natürlich alles stockdunkel hier, aber das kriegen wir schon gebacken. Ja, erst nochmal, äh, schönen Dank fürs Reinkommen. Äh, und, äh, viel Spaß gleich in der NRW-Runde. Ich, äh, ich, äh, verabschiede mich hier am Ende der Georg, der Käfer aus dem Sauerland. Und tschüss. Georg, doch einen schönen Abend. Georg, doch einen schönen Abend. Es gibt viel Spaß, äh, warum bleibst du mich auf der Höhe? Ja, eben, kommst du auf den Wüter-Kabin, ne? Georg. Ja, ja, grüß euch, ja, gut, da hab ich da rausgehört. Ja, also jetzt, äh, meldet sich, äh, der Hunger, der Kleine. Und, äh, äh, ich will da nicht zu viel an Gewicht verlieren, weil das fehlt hinterher auf der Pedale, hi. Ja, hab ich verstanden, ja, auf der Pedale kann man es mal gut gebrauchen, aber der Michael und der Bruno ist dann auch, äh, hier euch, hör mal rein. Ja, äh, Michael, hörst du? Ja, ich höre, ich wollte dir nur noch einen schönen Abend wünschen und guten Hunger. Und den Günther Bennen grüße ich natürlich auch im Hintergrund. Georg, komm gut nach Hause, schönes Wochenende. Ja, danke, Michael. Äh, kommst du ja, hallo, äh, mit deiner Behelfsantenne super rüber, keine Frage, äh, da würde ich auch mal probieren, was da heute haben geht. Ja, aber die Entfernungen sind nicht so weit von der Antenne, das spielt im Nahbereich ganz gut. Okay, wenn da der Bruno noch war im Hintergrund, natürlich auch grüße hier, äh, von meiner Seite. Ja, ja, lass die Antenne stehen, koppel die Antenne mehr ihm ab, also komm ins Büro, hol dir eine Frikadelle und dann geht's weiter. Ja, wir fahren Runde. Ah, okay. Ja, grüße hier wäre es, wenn ich zu dir käme, weil ich, ich hab nämlich gar keinen Portemonnaie bei. Das hab ich verschenkt gehabt, Herrscher. Das braucht Zwiebelleder, wenn er reingeguckt hat, treten die da auf. Hast du nicht die Sparkasse und Karte, Bräder, Björn? Du, ich bin ja nur im Hügel gefahren. Äh, nein, hab ich auch vergessen. Dann hätte ich die Sparkasse und Karte, American Express, gegollen, Alter. Ah, ja, die braucht man nicht unbedingt hier. Also die Sparkasse, die ist die Karte, die reicht hier. Und, äh, ich gehe auch gerne mal, wenn du eine gute Verbindung hast. Ich hab ja genau soeben erst eingeschaltet und nicht gehört, äh, und ich hab mich erst zurückgehalten. Ah, okay, ja. Äh, weitest, äh, bis jetzt war Hannover, äh, da die Ecke. Und, äh, ja, Weserbergland und, äh, ansonsten, du, das sind ja immer die gleichen Reichweiten. Ist jetzt nichts Besonderes, aber, okay. Äh, man ist damit zufrieden. Ja, ich bin ja froh, da sind doch, da sind doch so eine gute Reichweite. Und, äh, ja, damit, äh, muss man auch zufrieden sein, sich auch zufrieden. Okay, hat er gut geklappt, äh, und, äh, ja, dann sieh mal zu, dass du da in einem Tendengebilde wieder zusammengeschlappt, äh, bekommst. Und, äh, ja, äh, dass du, äh, nach Hause kommst. Äh, gute Einfahrt und... Nein, 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 aber, äh, äh... Ich muss den Fähnen jetzt, äh, das ist jetzt für eine Luftfahrt, das soll jetzt halt kommen. So ist der Name. Flusspunkt, bitte. Okay, Flusspunkt hätte ich dann wieder gebraucht, in jeder Weise, Herr Hering. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich in der letzten Zeit wenig gehört. Ich muss allerdings dabei sein, ich war auch nicht so aufs Kurv. Okay. Ah, okay. Ja, da war eine X-Station, bis gehört X. Ja, äh, Günther, äh, ich höre ab und zu mal rein, aber, äh, von zu Hause aus, Störungen, unmöglich. St. Jago 7 bis 8 teilweise, oder 9, und dann macht das, äh, keine richtige Freude da, das Rauschen anzuhören. Äh, ja, dich habe ich, äh, gestern noch gehört, ich meine, war im 2-Meter-Bereich. Da bist du auch mit den Kollegen da, äh, immer ganz gut unterwegs. Ja, das, das hört jeder gut an. Okay, ähm, ja, ich, ja, dann, du hast eben was gehört, ich habe die Station noch vor allem, äh, und, äh, ich bin da einfach wieder im Hintergrund, nein. Äh, äh, aber vorher ab, äh, Michael, äh, Frage, äh, ja, 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 nein, äh, wenn ja, morgen. Ah, ja, 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 morgen, können wir machen. Ich war heute schon Stand-by. Okay, machen wir morgen gegen Micha. Ah, du hast ja meine Nummer, klingeln wir mal kurz vorher durch. Okay, also, äh, Michael, schönen Abend noch, Bruno, tschüss. Dito, für euch beiden. So, tschüss. So, äh, 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 da war eben noch eine X-Station, die hat man so ein bisschen an der Seite gedrückt, aber, äh, X-Station, bitteschön. Äh, da waren jetzt zwei Stationen, einmal war der Pirat, äh, ebenfalls mit Vorname Michael. Ja, du, äh, bist hier im Sauerland gelandet, äh, äh, ja, in Arnsberg, am Mikrofon der Georg der Käfer. Ja, danke, hört man natürlich gerne sowas, ne? Du hast ja auch, äh, Sandiago 4 bis 5 in den Spitzen und, äh, ebenfalls Radio 4 bis 5. Das ist absolute Ruhe hier oben auf dem Hügel. Ja, wunderbar. Wenn wir mal in Kärle ausfallen machen, hier sieht ja die Löhne aus, also, beurte ich jetzt nicht. Dann wünsche ich dir auch schon, äh, alles gut, dann macht es gut, und so, komm, dann wollen wir auch noch. Alles klar, aber da war eben noch eine Station. Ja, dankeschön, das, äh, das Reinkommen, äh, macht's da gut. Gut, die 5573 hier aus dem Sauerland, Arnsberg. Da war noch eine Station eben, bitteschön. Stefan, Haltern am See, ja, ja, wir haben auch schon ein paar Mal zusammengequatscht. Ist jetzt ein bisschen schon her, aber vielleicht erinnerst du dich. Ja, hast du den Georg, den Käfer. Alles klar, ne, äh, geht da auch von deiner Seite, Sandlager, was war das, 4, 5 in den Spitzen und, äh, Radio, äh, 5. Kann ich einfach sagen, weil da ist ja nix dazwischen, äh, keine Störsignale. Ne, geht gut. Ja, wir haben noch ein paar Kilometer, wir haben noch ein bisschen, äh, oben auf die Begründung, da ist es mal weit, Frau Land. Ja, ich will einfach eben kurz, äh, versuchen, ob die Station, äh, äh, von Haltern am See, äh, nicht aufhört. Wie gesagt, ich kann die hier gut hören, äh, und, äh, es weiß, was weiß, aber ich kann sie verstehen. Äh, die Station, äh, aus Haltern am See, die ist, äh, Barhofer, 5, äh, gut, ja, Arnsberg. Kannst du dich hören? Ja, wie gesagt, äh, ich höre dich auch, das kann ich hier rückenlos hören, aber allerdings auch etwas leise, ne? Äh, schönen Gruß, so nach Haltern am See, das wollte ich noch mal kurz ausprobiert haben, und ich gebe das Mikrofon wieder zurück hier, an den, äh, Käfer, an den Gehäuch. Ja, danke, Günther, ja, selbstverständlich. Äh, aber, äh, kloppt doch auch von der Seite, ne? Ja, ich hab's ja auch gebraucht, und ich hab's ja auch gebraucht, und ich hab's ja auch gebraucht. Ja, ich hab's ja gebraucht, und ich hab's ja gebraucht, und ich hab's ja gebraucht, und ich hab's ja gebraucht, aber, äh, prima, ja, äh, an den Station, äh... Und denn, äh, ich hab's ja gebraucht, ich hab's ja fliescht, und ich hab's ja gebraucht, aber ich hab's ja gebraucht, äh, man thighls, äh, calla, äh, dem, äh, MEK, IK, 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 IK? Und, eller, äh, 274? Und ich hab's ja gebraucht, also starte ich, soweitest, das war einzu petitechenapp Selge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Stehwelle ist QRV, muss noch ein bisschen warm werden hier. Ja, bin mal rausgefahren. Mich hat es zu Hause nicht gehalten. Ich bin hier auf dem Telegraf. Fesorte. Ah ja, ich glaube gut hier rüber. Ja, siehst du, muss ich mal gucken. Ich schreibe mal hier mit, ne? Äh, ja, helf mir mal auf die Sprünge. Bruno, Bluebird, ne? Immer noch, ja. So, 1975. Ja, warte, ich kann nicht so schnell schreiben hier. Ich schreibe mal heute wieder ein bisschen mit für die Karte. Bluebird, Bruno, äh, ja, sagen wir nochmal an Posterzahl. Ja. Ja, das war das 587. 58788. Äh, gute, ja, ja, so wie mehr raus. Äh, kannst du ja nochmal durchgermachen und du kriegst nochmal Werte von mir. Ja? 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 Ja, guck, Mats hier, äh, Santiago 8 und ein Radio 5. Kommst du sauber rüber hier? Ja? Ja, kann ich dir nicht zurückgeben, ne? Santiago 8 bis 9, Radio 5. Ja, es geht an die 9 ran. 8 bis, äh, 9, ne? Äh, ja, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen warm werden hier. Äh, weiß noch nicht, ob ich auf der Frequenz da lieg, ne? Äh, dauert immer ein bisschen. Nö, bei mir, bist du gut verständlich. Bei mir auch, liest gut aus der Frequenz, alles gut. Ja, nochmal abwarten, ne, Kiste wird warm. Äh, DV 27 lang auf dem Dach, dreiteiliger Strahler, Höhe hier 431 Meter, äh, müsste was zu machen sein. So ganz lang werde ich nicht machen. Schauen wir mal. Okay, besser geht's doch gar nicht. Aber bei der Temperatur hört es, äh, keiner lange aus. Ja, äh, das Auto hat zwar eine Standheizung hier, aber die würde dir auch die Batterie leer ziehen. Äh, lass ich mal am Motor ein bisschen laufen, hier in Diesel. Äh, wen hab ich denn da? Lass das Susi Gritta nicht hören, okay. Hier ist der Bravo Papa 5, äh, Name, äh, Günther Kutiner Hansberg. Bravo Papa 5, der Günther, mit oder ohne Haar, weiß ich jetzt nicht, Hansberg? Ja, das liegt schon, Hansberg, ohne Haar, so wie er ist. Äh, hast du nochmal Postleitzahl für mich? Postleitzahl anwendig, wir wollen den nicht hinfahren. Ja, auch nicht schlecht, dann schreib ich da einfach mal, Hansberg, ich schätze da mal was ab. Äh, ja, machen wir nochmal einen Durchgang, hier, Kritte, äh, Werte hier, von Feserte. Ja, 24613. So, das ist ein Santiago 7 und eine Radio 5 nach Arnsberg. Okay, bedanke ich mich, Herr Kerstin, wünsche noch einen schönen Abend, und wie lange auf? Och, äh, schauen wir mal, wer so kommt, ne? Äh, wer kommt, der kommt, kein Problem. Genau, wer nicht kommt, muss man nicht gehen. So sieht's aus. Na ja, mal gucken, bis 9 Uhr, oder wie lange ich mach, hier, äh, wie sagt, 2 Grad hier, ne? Äh, Sichtweite, äh, 300 Meter, Nebel. Ja, ich muss zu Hause heute länger machen, hat's gesagt, wenigstens bis 1 Uhr. Ja, du sitzt ja schön warm zu Hause, ne? Aber, äh, ich muss ja auch nach Hause, wegen Oberwelle, ne? Sonst gibt's Ärger. Ja, ja, hätte ich ja vorher schon mal, da irgendwie so eine Pommes vorbeibringen können, äh, ohne Currywurst. Dann gäbe es doch kein Ärger. Ah ja, passt schon. Ja, wer war das denn der? War das der Stefan, äh, aus Leibmeister, oder auf Erich, oder was war das? Hier hast du den Stefan Stievele, äh, mobil unterwegs, Standort Fesorte. Äh, Moment, wo oder wo? Fesorte, das ist, äh, Oberkünftig-Lett-Marte. Okay, Oberkünftig-Lett-Marte. Okay, ja, Stefan, Nö, Stievele. Dann noch einen schönen Abend, sonst, viel Erfolg. Ja, soll wohl klappen. Mal gucken, wer noch kommt. Rein. So, da hatten wir dann schon einen Brake. Schönen guten Abend, Stefan, hier ist der Michael Radio Chaos. Super-Signal, hier wieder 5 und 9. Hervorragend. Ja, Radio Chaos. Wie gesagt, ich schreib wieder mit. Mach mal so ein Kärtchen wieder. Äh, Radio Chaos. Michael, ja, hier. 9 plus und 5, ne? Äh, QTH Fröndenberg, ne? Roger, Roger. Da, äh, fahr mich jetzt mal. 5, 8, 7, 3, 0. 5, 8, 7, 3, 0. 5, 8, 7, 3, 0. 5, 8, 7, 3, 0. Mach ja mal diese Kärtchen. Jetzt hab ich da nochmal was Schönes gefunden. Oder das hat mir da so ein Funk-Kollege aus Österreich da mitgeteilt. Äh, da gibt's, du kannst so Karten erstellen mit so quasi optischer Sichtweite, ne? Ja, okay. Heute, äh, 300 Meter Nebel. Aber ist ja auch, äh, ganz interessant. Äh, dass man mal so ne Abdeckung sieht. Was am Standpunkt da, wo man ist, ne? Also kannst du da eingeben in den Rechner. Äh, du kannst sogar ne Antennenhöhe, äh, eingeben, ne? Und, äh, dann zeichnet der dir so nen Horizont ab, äh, wie weit du da sehen kannst, ne? Also, äh, nettes Ding. Ja, ganz spannend hab ich deine X gehört. Das ist nicht zu, 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 äh, völlig Radiomobile, weil das hab ich bei mir hier. Ähm, dieses Programm heißt, oh, heywhatset oder so. Heywhatset.com, glaube ich, ja. Hab ich auch in der Funkbasis geschrieben. Äh, den Link da, ne? Äh, super Sache. Musst du mal eingeben hier. Frönnberg, wo du bist, die Koordinaten. Und dann siehst du mal, äh, diese Zickzack-Corona da, wie weit du da gucken kannst, ne? Also, finde ich, ist, äh, ne nette Sache. Brake. Ja, wenn der jetzt keiner spricht, äh, Stehwelle. Äh, dann, äh, möchte ich mich von dir erstmal bedanken, dass du eine ganz gute, äh, Ratschtolle dazu dazu machst. Und, äh, ja, äh, die Leute alle wundertprozentig, äh, wie gesagt, äh, viel Glück, und viel Erfolg, äh, bei der, ähm, Arbeit. Joa, ist ja Hobby, macht ja auch Spaß, wenn's keinen Spaß machen würde. Oder wenn man dann zu viel ärgert, dann, dann würd ich's auch lassen. Aber so ist okay, ne? Fahr da ein bisschen raus am Samstag. Äh, dann guck ich, wen ich da dran kriege. Äh, schreib schon einen kleinen Bericht immer, ne? Äh, Leute sind ja ganz interessiert an sowas. Ja, vielen Dank. Äh, und da war jetzt ein Exodon-Brake, glaub ich. Wenn man dabei denkt, äh, es gibt immer Leute... Ja, Brake, aber bitte. Ja, dass, äh, den meisten, äh, den meisten gefällt es aber. Der war nämlich Brake, aber auch viel schreit er schon. Ja, genau, ne? Wem's gefällt, der kann sich angucken. Und, äh, wem's nicht gefällt, der kann wekhören oder aufs Gerät ausschalten oder auf anderen Kanal gehen. Ja. Ja, so, da war, äh, ne Brake jetzt so ein bisschen, äh, am Drängel, nicht? Aber, äh, wollen wir mal hören. Was haben wir da für ein Brake? Ja, richtig. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier bin ich hier, Stefan, äh, von der Station 13 Kilo Tango. Äh, standortmäßig vertreten hier in 4566 Dreiecklinghauser, Mikrofon, der Karsten. Schönen guten Abend und, äh, Frage, wie kannst du mich kopieren? Oh, nicht so schnell. So, äh, wie gesagt, ich muss ja mal mit einer Hand immer mitschreiben. So, jetzt hab ich verstanden, äh, 13 Kilo Tango. Äh, ich hab jetzt meine alten Listen nicht mit. Gib mir hier nochmal, äh, Vornamen. Okay, fang ich an mit dem Vornamen, äh, Stefan, Vorname ist Karsten. Wie gesagt, das Mikrofon ist Karsten. Ähm, standortsmäßig bin ich vertreten hier in 45663 Richard Emil in Reckinghausen. Und die Frage meinerseits war, wie kannst du mich dort, äh, aufnehmen bei dir, Stefan? So, du kommst hier in Fesorte, Fesorte rüber mit einem Santiago 8 und einem Radio 5. Das kriegst du von mir noch, wobei, ziemlich strenge Modulation. Ich weiß nicht, wenn du Vorverstärker und Mikrofon hast, ob du vielleicht ein Tück zurücknimmst. Nein, ich spreche, äh, bespreche das Gerät hier mit einem Originalmikrofon, Stefan. Und, äh, ich mach jetzt mal ein bisschen weiterer Sprechabstand von der Mikrofon, äh, Kapsel. Und, wie gesagt, das ist ein Originalmikrofon und, äh, vielleicht ist es jetzt ein bisschen angenehmer. Ja, genau, etwas Abstand, ne, äh, dann, äh, ist es etwas harmonischer. Also aus meiner Hörsicht hier. Frage nochmal, dein Standort, wo stehst du momentan? Hallo? Äh, das ist hier Fesorte. Äh, muss mal eben nochmal gucken, den Lokator. Äh, JU31. Ja, okay, alles klar. Ich bedanke mich für das nette QX. Ich bin noch höher in der Weise und, äh, macht mal hier weiter in der NRW-Runde. QX. Ja, ist, äh, bis gehört, ja, ist keine NRW-Runde. Ist, äh, so, vorgeplänkelt hier, ne, Aufwärmphase. So, okay, kann man ja dann später mit dem provieren in der NRW-Runde. Und, äh, trotzdem, schönen Dank für das nette QSO und, äh, macht mal weiter hier. Und, äh, vielleicht melde ich mich dann zur späteren Zeitung nochmal. Alles klar, Carsten. Carsten mit K. war richtig. Na, dann schreibe ich es einfach mal mit dem K. auf. So, da war jetzt, äh, noch jemand, der mit dem, äh, Brake oder QX. Ja, da ist jemand, oder? So, wie ihr gehört. So, kannst du mich da aufnehmen? Da waren zwei Stationen. Kannst du mich da aufnehmen? Wer war das denn da? Ja, komm nochmal. Ja, ich verliere es dann mal. Ich denke mal, äh, jetzt drastet der Seite der Rutsche, ich hab's dir gerufen, hier verletzt, Pirat-Anleiter, der Michael. So, äh, Pirat, Michael, Michael, du machst hier, ja, mach nochmal einen Durchgang. Ja, mach ich dann nochmal, richtig, ja, und, äh, meine Vorderseite ist F5529. So, das ist hier ein Santiago 5 und ein Radio 4 bis 5. Äh, ja, Postleitzahl hab ich, QTH ist... ... in der Ruhr und, äh, sind ja so irgendwo, äh, in der Lageriegel unterwegs. Und, äh, da ist auch nicht so richtig ruhig, hab ich sagen, als gute Arbeit. Ja, Hatting, hab ich jetzt verstanden. Ähm, weiß ich nicht, was bei euch da so der höchste Punkt ist. Da gibt's doch so eine Burg Blankenstein, oder wie heißt das? Ja, das ist Hatting, ne? Ja, ähm, also in die Richtung komm ich eigentlich auch ganz gut raus, nach Norden. Äh, Nordwesten, sag ich mal so, das klappt eigentlich ganz gut. Ja, ist okay, ne? Und, äh, ja, kleines Besteck hier, äh, also keine Drahtantenne, nix. Das ist hier nur eine, äh, DV27 lang auf dem Dach, dreiteiliger Alustrahler auf dem Magnetfuß, ne? Äh, ist so ein bisschen behelf. Ne, da komm ich auch ganz gut raus, also, äh, manchmal sogar zum Schwarzwald da, äh, Charlie Whisky und so, ne? Der ist ja bei Baden-Baden. Äh, der ist natürlich auch super aufgebaut, antennenmäßig, ne? Äh, sowas klappt dann auch mal. Äh, ja. Ja, das kannst du tun, ne? Äh, äh, ich weiß nicht, ob der Didi aus, äh, Dortmund, ob der auch, äh, mitschneidet, dann kann man sich das bei YouTube mal angucken, wenn man nach NRW-Runde sucht. Oder, äh, äh, Didi da mit Y, Didi, dann, äh, wird man das finden, ne? So, da war aber vorhin auch noch jemand anders, glaube ich, Michael. Dann lassen wir den mal rein. So, da hab ich jetzt gehört, den Jörg aus Witten. Jörg, sag mir nochmal bitte dein Skip. Dora 19, okay. Äh, hast du noch mal ein Postleitzahl von Witten für mich? Ja, das ist ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, du kommst hier rüber mit einem Santiago 7 und einem Radio 4, geb ich dir. Ich. Ja, so, äh, ich bin hier in Fesorde, das ist hier oberhalb von Letmarte. Äh, Lokator ist J-U. O31TH. Ich schreib das aber auch immer in der Funkbasis, äh, bei den Bergfunkern da, äh, wenn du unter Stehwell auf den Berg guckst, dann kannst du eine Karte sehen, wo ich stehe. Ich hab da zuletzt mal so eine Karte gebracht mit der, äh, optischen, äh, Sichtweite, ne? Wie weit man hier oben gucken kann. Äh, heute kannst du nicht so weit gucken hier, heute haben wir Nebel. Äh, und da war noch ein X, X ist gehört. Ja, also, äh, mein Elektrober, ich bin aus der 31. Kategorie jetzt, ne? Äh, ich will öffnen, dann auch bei Wörter, ich darf nicht für eure Aufstatt an Lade werden, heißt das? Ja, Jörg, wie sagt, also nach hierhin klappt, ne? Witten ist ja jetzt auch nicht so die Entfernung. Ja, gut, Jörg, dann würde ich sagen, holen wir mal den nächsten rein hier. Äh, da hatten wir noch jemand. Ja, wunderschönen guten Abend, Stefan. Station Dora 3, Ralf hier, D.O. Scharnhorst. So, Dora 3, siehst du, vorhin hatte ich Dora, äh, 19, der Ralf aus Dortmund, Scharnhorst. Ja, Ralf, wie immer, hab ich deine Postleitzahl vergessen. Oder hab ich nicht auf dem Schirm. Hab auch keine Listen bei. Ja, dann helfe ich dir mal so ein bisschen auf die Sprünge. 4, 4, 3, 2 und die 8. 4, 4, 3, 2, 8. Weil sonst stehst du ja auch mal, mach mal hier da, äh, äh, Fröndenberg, da die Ecke, ne? Äh, Ostbüren. Ja, Ralf, okay, mach mal ein Durchgang, gebe ich dir auch Werte. Jo, mach ich mal. 3, 4, 2, 0, 1. So, Santiago 8, Radio 5. Äh, schöne Modulation, Ralf. Ich denk mal, äh, ja, mit dem Mikrofon da, ne? Hast du die Platine drin? Ja, Rotzalli. Hört sich, äh, gut an. Also, ist kräftig, aber auch, äh, nicht, äh, zu kräftig, sondern, sondern harmonisch, ne? Das ist gut. Das ist gut. So, was brauch ich auch noch. Ja, das hört sich doch prima an. So, da war noch eine X, du stehst auf dem Hügel, du hast die rote Kappe, Stefan, dann lass die X da rein. Ja, wie gesagt, ne, äh, ich schreibe da ein bisschen in der Funkbasis was, hier, wo ich stehe, und so weiter. Ich hatte da jetzt nochmal so nette Karten gefunden mit so optischer, äh, Sichtweite. Äh, finde ich nicht schlecht. Da habe ich auch jetzt schon so ein Bild drin, hier von dem Standort, äh, Standort, wo ich bin. Okay, Ralf, dann holen wir mal die nächsten rein. 13, Delta Charlie 03, gib mir nochmal bitte den Vornamen. Ja, wie gesagt, ich muss immer nachfragen, weil ich da immer mitschreiben muss, ne? Äh, ja, Stefan, äh, gib mir nochmal Postleitzahl da von einem Kutjahr, Haltern am See, wo du bist. Ja, Haltern, Problem, 45, 47, 21, 45, 47, 21. 45, 47, 21, habe ich mir aufgeschrieben, genau, Haltern am See. Dann noch ein Durchgang, Stefan, dann gebe ich dir auch Werte hier von Vesorte. Ja, das ist ein Santiago 7 und ich verstehe dich hier einwandfrei, ne gute Modulation, ne? Radio 5. Ja, schönen Dank, ne? Und Gruß nach Haltern am See. Ja, und, äh, und, äh... Ja, schöne Grüße auch nach Haltern am See hier aus Dortmund. Ja, kann ich Dir da recht nur geben, ne? 7 und 5 von Deiner Seite, alles super. Genauso war es, ne? Genau. Ja, wie gesagt, schönen guten Abend an die gesamte Runde. Olli war hier, Cobra 2, Q3 heißt Mal, ne? Postleitzahl 45768, genau. So, müsste eigentlich alles gut sein. So, jetzt muss ich wieder mitschreiben. Ich kann das nicht so schnell, Olli. So, Cobra mit K, weiß ich, glaube ich. Cobra 01, 1, Cobra 01, aus 45768, mal. Ja, richtig, aber Cobra 12, nicht nur 1, ne? Genau. Cobra 12, 75768, mal. Mike Alfa Romeo 7, ne? Genau. Jo, jetzt sind wir nochmal gekommen. Dann kannst Du da mal die Werte auch geben. Ja, Cobra 12, Olli. So, hier in Fesorte machst Du ein Santiago 7 und ein Radio 5. Alles wunderbar. Ja, geschuldet der Höhe hier, ne? Bin auf 430 Meter Höhe ungefähr, ne? Da kommst Du gut raus. Also nach Norden, Nordwesten, da komm ich ganz gut raus. Ja. Genau. Ja, kann man ja nicht leckern. Da hab ich gesagt, ich bin ja jetzt wirklich in den Locken. Na, da bin ich ja mit zufrieden. Alles gut. Äh, wo war dann? Gut, die haben wir da. Anstrengung, oder wo war das? QRX, bist gehört. Äh, Olli, ich stehe hier in Fesorte. Das ist, äh, oberkünftig Lettmarte Iserlohn. Äh, kannst du auch in der Funkbasis gucken. Äh, da ist eine Karte, oder ich bring nachher nochmal eine Karte, äh, hier vom Standort. Ah ja, Lettmarte Iserlohn. Ja gut, dann gehen wir noch weiter wie Arnsberg, ne? Ja, geht ja gut, wunderbar. Nee, Arnsberg ist nochmal einen Tick weiter. Die sind nochmal weiter weg. Äh, also da bin ich, denke ich mal, äh, bisschen näher bei Dir. Aber, wie gesagt, naja, gibt's ne Karte. Kannste gucken, äh, also nochmal, das klappt. Auf jeden Fall, da bin wir zufrieden. Alles klar, danke erstmal, weitermachen. Alles klar, Cobra12, schönen Gruß nochmal. So, da haben wir jetzt noch jemand. Ja, muss ich wieder mitschreiben. Hier, äh, da dauert immer ein bisschen. Wupperkomet. Äh, wir hatten aber schon mal miteinander gesprochen. Holger war richtig, ne? Äh, Postleitzahl. 422, ach nee, jetzt hab ich's da versemmelt. Sag nochmal, 4227. Ja, siehst du, jetzt hab ich's hier. 4227. 4227. Ja. Holger, gib mir mal nochmal einen Durchgang. Kriegst du hier Werte von Feesorte. So, da geb ich die zurück. Santiago 7 und, äh, Radio 5. Kräftige Modulation. Nö, da kann man nicht meckern. Hört sich alles gut an. Also, die Albrechts, äh, äh, oder diese EU, die liegt schon mal oft daneben, ne? Mit der Frequenz. Jetzt weiß ich nicht, hast du so ein Gerät? Hat das so eine silberfarbene Front, oder ist das schwarzer Kunststoff? Das ist die mit der analogen Eieruhr, ne? In so Silber-Retro-Design. Ja, sagt mir was. Wollte ich mir auch mal kaufen. Irgendwie bin ich da nicht zu gekommen. Äh, ja, südlich von Iserlohn, südlich von Leppmarte, sagen wir mal. Äh, also wenn jetzt frei Sicht wäre, könnte ich auf Leppmarte fast, äh, gucken, ne? Was nennt sich hier Feesorte? Das gehört zu Nachort Wieblingwerde. Aber wenn ich sowas sag, Feesorte, Nachort Wieblingwerde, das kann sich, äh, kaum einer merken. Ich sag dann immer oberkünftig, äh, Leppmarte oder sowas, ne? Ich bring aber auch, äh, wenn ich hier dann fertig bin, mal wieder eine Übersichtskarte in der funkbasis.de, äh, auch mit den Standorten von den Gegenstationen. Äh, gestern hatte ich nochmal eingestellt eine Karte hier mit der optischen Sichtweite, die man von hier oben hat, ne? Da hatte ich so ein, äh, interessantes Programm ist mir da empfohlen worden. Äh, es gibt eine Internetseite funkbasis.de, funkbasis.de, und da musst du zu den, mach, wie heißt das, Bergfunkern, Bergfunk oder sowas gehen, oder Bodenwelle, äh, und da gibt's auch nochmal ne Rubrik, äh, Stehwelle aufm Berg. Und da, äh, geb ich da meine Sachen nochmal zum Besten. Und, es kann auch gut sein, dass der Didi aus Dortmund einen Mitschnitt macht, hier von der Session. Das kann man sich dann angucken bei YouTube, da muss man nach NRW Runde suchen, und dann, äh, findet man das. Genau, äh, YouTube der Mitschnitt und funkbasis.de, da in den Unterforen, äh, da will ich so einen kleinen Bericht schreiben, naja. Ja, NRW Runde darf man nicht sagen. Äh, ja, Holger, schönen Gruß, ne, nach, äh, Wuppertal, äh, ja, wir hören uns, ne, wie gesagt, wir hatten uns ja schon mal gehört. Also, schönen Gruß da nach, äh, Wuppertal ins Bergische. Stefan? Ja, und da war das nächste QX, hat Stefan gerufen? Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz gucken, ob das zum Olli da rüber klappt nach Mahl. Ach, du bist das, Ralf. Ja, richtig. Ja, probier da aus. Probier ich das mal. Achtung, war der Olli in Mahl? Ja, ich kann mich hören, genau. Sei gegrüßt, Olli in Mahl, Covertal, hi. Ja, sei mir gegrüßt, Olli, Station Dora 3, der Ralf, D.O. Scharnoas. Ich grüße da den ehemaligen Mittleraner. Ach, ja, guck, genau, du bist das, der Ralf, wunderbar. Ja, schöner Abend zurück, genau, auf jeden Fall. Ja, klappt das, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. 5 und, ja, 5 und 4 von deiner Seite, ne, klappt. Ja, guck, ja, gut, du machst ja 8 und 4 und 5, ne, wir sehen, ja, genau, da geht das. Alles klar, ne, aber ich wollte nur ganz kurz grüßen, weil ne ganze Weile nicht gehört, nachträglich frohes Neues zu dir, ne, aus deiner alten Heimat. Ja, Rolf, da, ja, aber wenn wir nicht alle froh, das ist nur bei Mittleranerarbeiten, aber wo uns in Dortmund, ne? Ja, richtig, ja, ja, gut, ich wohne ja nicht weit weg davon, ne, Scharnoas, Mittler, das ist ja ein Kassensprung. Ja, richtig, genau, ja, guck, ja, hab mich gefordert, wunderbar, deswegen, ja, ich bin richtig auf Leitestafel, der Torhau, genau. Deswegen, erstmal bis jetzt mal wieder unterhalten, ne, wunderbar richtig. Alles klar, Olli, ich will dann aber nicht weiter die Frequenz belegen, wollte nur ganz kurz grüßen, und, äh, zu dir dann darüber erstmal die 73. Stefan, Mikrofon zu dir, du hattest noch ne X gehört. Ja, das warst du, glaub ich, oder ich weiß nicht, ob da jetzt jemand nochmal versuchen möchte, haben wir da noch ne X? Erstmal nicht, ähm, dann probier ich mal durchzurufen, äh, für Station da außerhalb NRW. Nee, CQ, allgemeiner Anruf von der Stehwelle, CQ, allgemeiner Anruf von der Stehwelle, für Station außerhalb NRW. Außerhalb NRW, möchtest du mal jemanden von außerhalb NRW versuchen? Quakes. So, äh, da hatte ich ne Station in Datteln gehört, das ist innerhalb NRW, das machen wir gleich. Äh, wollt mal hören, ob jemand außerhalb NRW ist, da war dann noch ein Quakes, weiß ich, ob der, äh, Kollege dann außerhalb NRW ist? Nein, bin ich nicht, aber ich wollte hier drüsten hier von Batavia 01, von Jörg auf Wattenscheid. Das ist der Fall, ich kann das wenig wissen. Ja, äh, war jetzt eh nichts zu hören außerhalb NRW. Okay, so, äh, muss ich mal wieder mitschreiben. Äh, ach, so, Jörg, Batavia, Batavia 01, äh, Wattenscheid ist richtig. Ja, ist richtig, Moslea, Punktleitzahl, 44866. 44866, ja, da muss ich nicht nachgucken, ne? Ja, Jörg, äh, genau, machen wir mal einen Durchgang, kriegst du hier Werte, äh, von Fiesotte. Ja, du stehst heute bei mir etwas schwächer, äh, N5, Radio 5 trotzdem. Du hast sonst immer S6 gestanden, äh, ich denke, man steht vielleicht ein bisschen anders als sonst. Äh, ja, stehe hier auf dem Telegraf, äh, könnte vielleicht noch ein bisschen das Auto mit der Schnauze mehr in eure Richtung der Ausrichtung ausrichten, weil doch die meisten aus der Ecke kommen, aber, äh, da lassen wir mal, das funktioniert so schon ganz gut. Äh, wie gesagt, hier, äh, Fiesotte 1, Santiago 8 und Radio 5. Ja, vollständig doch, was da ist, was ich gemacht hier. Ja, passt schon. So, ich höre, Stationen, die sind ganz weit weg, aber, äh, oioioi, keine Ahnung, wo die dann sind. Ist aber nicht QSO-fähig, sondern Gemurmel, keine Ahnung, wo das herkommt. Ich hab den hier gar nicht gehört. Ne, jetzt an Pfeiffer und so und so, da, äh, aber ich sag, die sind ganz leise, ich weiß nicht, ob die in Thüringen sind, oder, ich meine, Frankfurt, die Ecke, da sollte auch irgendwo irgendwas stattfinden, was ich da so oberflächlich gelesen hab, aber, äh, jetzt so das weiteste, äh, war, alles hier, äh, die üblichen Verdächtigen, alles hier in der Nähe. Ja, rufe ich nochmal durch, äh, CQ, allgemeiner Anruf hier von der Stehwelle, möchte es mal jemand, äh, mit Fiesotte fair suchen. ... Sehen... Stehwelle hört. Ja, QR-X bist gehört. So, da habe ich jetzt gehört. Eine Station in Haltern am See. Sag mir nochmal bitte den Skip langsam und den vorne. Ja, Frage nach Haltern am See war, Skip nochmal langsam, dass ich mitschreiben kann. Und der Vorname? Das ist Rübergurm, Haltern am See. Und Skip und Vorname? So, schreibe ich mir mal Siggi auf. So, machen wir mal einen Durchgang, Christoph Werte. Na, da kommt es auch so ein bisschen verschreddert rüber. Das ist ein Santiago 6 und Radio 3 bis 4. Bringst ja so einen Pfeifen-Piepen mit. Haltern am See habe ich verstanden. Ja, Posterzahl 4, 5, 7, 2, 1 schreibe ich mir mal auf. Siggi. Du hast da Rückkopplung. Äh, genau. Brake. Brake. Brake, wie gesagt, war da Rückkopplung. Ich weiß nicht, ob du da noch Lautsprecher oder irgendetwas mit anhast, der da zur Rückkopplung führt, ne? Ja, wie gesagt, Sigi, ich habe mir erstmal hier so erfasst, ist eine Anfänger, sagt er, und da hatten wir jetzt einen Brake, QX. Ja, danke schön, Stefan, ich grüße dich, Carsten von Neuer, Mobilinterne. Carsten, Condor, so, du bist in Werne, an der Lippe, ja, Carsten, sagen wir noch mal Postleitzahl. Ja, die Postleitzahl ist 59368. 59368 schreibe ich mir mal auf, Carsten. Ja, Rottler, so, und du machst mal ein gutes Signal hier, 5 und 9. Ja, du kommst hier rüber mit dem Santiago 8 und Radio 5, saubere Modulation, passt super. Alles klar, danke schön, Stefan, weitermachen. Ja, ich schreibe mal noch ein bisschen auf, hier, wer kommt, der kommt, ne. Wie gesagt, naja, äh, gibt's hier noch eine Karte. Und ich habe ich da auch dann drauf, in Werne, an der Lippe. Ja, Rottler, ja, vielen Dank, ja, die Karte gucke ich mir mal an, in der Funkbasis. Ja, finde ich immer ganz spaßig, ne, äh, deswegen, oh, die Frage nach der Postleitzahl, also, die Karte basiert halt auf, äh, Postleitzahl, Gebiet 5-stellig, ne, äh, ich denke mal, das Rattzeug ist dann auch schon fein genug. Ja, okay, schönen Gruß nach Werne. Auch von meiner Seite einen schönen Gruß nach Werne, schönen guten Abend, Carsten. Ja, hallo, Rolf. Na, Feuer erloschen? Nein, das brennt noch, das brennt die ganze Nacht. Habt ihr alles weg? Ja, Rutscheiß, alles weg. Nein, ihr seid ja spitze. Okay. So, da war eine Break, ja. Ja, äh, ich lass die mal rein, die bringt da, bitteschön. Ja, und schönen guten Abend, hier ist die Station Software Radio, QTH Herthen. Software Radio, QTH Herthen, ja, sei mit der gegrüßt, äh, Station Dora 3, Mikrofon der Ralf hier, Standort Dortmund. Ja, Ralf, geht auch von deiner Seite sehr gut, kann dich hier sehr gut hören. Ne, Santiago 6, bis hier, hier, Radio 5, von deiner Seite. Äh, vielleicht kann ich mir auch nochmal ein Werk sehen. Ja, ebenfalls, Santiago 7, von deiner Seite auch, äh, Radio 4 bis 5. Ja, bedanke ich mich erstmal, ne, und dann warten wir mal auf die Bühne, die da noch kommt, die neue Seminare, ne. Alles klar, Mikrofon frei. Äh, ja, Software Radio Hertha, Stefan Steewelle, schönen Gruß an der Herthen. Hast du denn nochmal kurz den Vornamen von dir und die Postleitzahl? Stefan, natürlich, ne, ähm, ich hatte mich eben gar nicht gehört, natürlich. Äh, Postleitzahl 45 701, und der Vorname Norbert, ne, kam das rüber? Ja, das kam hier doch rüber, ne, macht hier, äh, Santiago 7, Radio 5, äh, und das war, hier von der 701 Hertha, das Software Radio, der Norbert. Alles genau, alles korrekt so. Alles klar, ist notiert. Der Norbert. Ja, bitte. Geh mal auf die 175 Meter. Juh. Äh, Carsten? Ja, ich höre. Äh, hast du einen Moment Zeit, um mal zu gucken, ob das geht? Ja, ich bin aber auf dem Möbel, ich hab nur meine Handfuß, äh, Handpuste mit. Achso. Äh, ja, mein Gott, vielleicht hörst du mich, ja. Ja, dann, 149, 100. Ja, Rutter. Ja, alles klar. Ja, ich freu mich. Ja. Ja. So, stehen wir jetzt mal kurz raus. Ja, Ralf, ich hab dich gehört. Sehr gut so war's. So, Moment, so schnell war ich nicht. Äh, was war's? Ich sagte, ja, ich hab dich hier gehört mit der Handfocke. Sehr gut. Ja, das ist doch fantastisch. Ja, dann sollte das von zu Hause aus, äh, dann auch, äh, den ganzen Schwung besser funktionieren. Ja, dann können wir ja später gerne mal testen. Jo, alles klar. Morgen mach ich mal Bildchen, wie ich das da gemacht habe und dann schick ich dir das mal. Jo, alles klar. Ja, aber jetzt ist es leider ein bisschen zu dunkel draußen, da siehst du eh nicht viel. Ja. 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 Ja.